Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtischs. Zusammen mit Dom, hallo. Ja, hallo auch. Schön, dass ich mal zu Gast sein darf bei deinem Projekt so ein bisschen. So ein bisschen, genau. Mein Name ist Brutt-Marie und wir besprechen heute zusammen die Sci-Fi-Anthologie-Miniserie Kisazi Moto Generation Fire, die am 5. Juli angelaufen ist auf Disney+. Ja, ich sage Mini-Anthologie-Serie, weil sie aus 10 Episoden, circa immer 16 Minuten besteht. Und zwar bekommen wir 10 Kurz-Animationsfilme, die ein Thema gemeinsam haben. Dom, was für ein Thema haben sie denn gemeinsam? Im Wesentlichen drehen sie sich um afrikanische Kultur, aber auch mit starken Science-Fiction-Einflüssen. Also schon, ja, mitunter in die Richtung Afrofuturismus, würde ich sagen. Und so vom Konzept her, kommt ja nicht von ungefähr, dürfte es einem doch sehr bekannt vorkommen von Star Wars Visions. Genau. Ähnlich darf man es sich vorstellen, nur halt mit einem sehr klaren kulturellen Schwerpunkt diesmal, würde ich sagen. Also es spielt in Afrika, ist inspiriert von afrikanischen Geschichten, Märchen, Sagen, afrikanischer Kultur ganz generell. Und das Ganze eben wirklich vermischt mit Sci-Fi-Elementen. Die Storys spielen in der Regel in einer ungewissen Zukunft irgendwann. Manchmal dystopisch, manchmal nicht. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es sind auch viele fantastische Elemente teilweise drin. Und hinter dem ganzen Projekt steht unter anderem das Animationsstudio Triggerfish aus Südafrika. Und da namentlich Peter Ramsey als Produzent. Peter Ramsey, unter anderem Oscar-Preisträger für Spider-Man Into the Spider Wars. Er hat noch mehr gemacht, aber ich glaube, das ist der Film, woher ihn die meisten oder das Publikum wohl kennen werden. Er hat zuletzt doch auch, glaube ich, irgendeine Folge von The Mandalorian inszeniert, soweit ich weiß. Von der dritten Staffel. Ja, und er hat auch schon, der wird auch gerne mal vergessen, er hat ja vor, Into the Spider Wars, nicht Across the Spider Wars, da war er nicht bei. Ach so, ach ja. Er hat auch diesen, leider, also der wird sehr, sehr gern vergessen, die Hüter des Lichts von Dreamworks. Ja, natürlich. Wie heißt es irgendwie? Guardians of the Light, glaube ich. Ja, genau. Genau. Großartiger Film. Ja, ja. Und also da ist er involviert. Und Triggerfish, denke ich, wird einem auch was sagen. Also die haben ja ganz viele tolle Projekte gemacht. Ob das jetzt die Schnecke und der Wal ist. Ich glaube, die Wal und die Schnecke andersrum, so heißt es, glaube ich. Oder natürlich, ich glaube, am bekanntesten wahrscheinlich, dieser Märchenfilm, wie hieß der? Der hieß Revolting Rimes, glaube ich, hieß der im Original. Der auch für den Oscar nominiert war. Und Stick Figure habe ich auch gesehen auf der BBC. Also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Projekten. Ich meine, bei der ersten Staffel Star Wars Visions waren sie auch beteiligt. Ja, und bei der zweiten auch. Denn bei der zweiten, habe ich extra nochmal nachgeschaut, ist die Folge, die uns so gut gefallen hat, nämlich das Lied von Au. Das ist von ihnen. Ah, okay. Also von Triggerfish, genau. Und dann dachte ich, ach guck, also es hat so ein bisschen mich auch erinnert an die eine oder andere Geschichte, die wir jetzt hier hatten. Und was ich ganz schön finde ist, denn der Gedanke ist ein ähnlicher auch wie bei Visions. Du hast verschiedene afrikanische Künstler, die sich eine Geschichte eben ausdenken können. Und der Rahmen ist tatsächlich nur, dass es eben von afrikanischen Geschichten inspiriert sein soll und eventuell in Afrika auch spielen soll. Und mehr war keine Vorgabe. Und es sind eben Künstler dabei aus Ägypten, aus Kenia, aus Nigeria, aus Südafrika, Uganda und Zimbabwe. Also wirklich ein ganz breiter Fächer an eben afrikanischen oder Afrika inspirierten Ländern, Staaten, Städten, wie auch immer. Und ja, also ich erpuppe mich ein bisschen gerade als Geografie sechs Sätzen. Nichtsdestotrotz haben wir also da eben das Glück gehabt, ganz, ganz viele Filme zu bekommen. Und das ist nämlich auch die Frage, was genau haben wir jetzt gesehen? Es fing an mit einem Film mit dem Titel Sternenstaub von Ahmed Taylap aus Ägypten. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir sie peu a peu ein bisschen durchgehen? Oder also ein bisschen anteasern? Ich glaube, zu viel verraten wollen wir da ja auch nicht. Ja, jetzt ist so die Frage, weil ich wundere mich jetzt gerade über die Reihenfolge, die du nennst. Ach so, ja, entschuldige, du hast recht, es fängt an mit, nein, nein, du hast recht, es fängt gar nicht mit Sternenstaub an, es fängt an mit der Hirtenjunge. Ja, ist aber nicht schlimm, weil die haben ja wirklich, das ist ja wie bei Visions, die haben ja keine wirkliche Reihenfolge, ne? Gut, also dann fangen wir trotzdem aber an mit der Hirtenjunge. Und zwar, dann ist hier meine Reihenfolge, die ich mir aufgeschrieben habe, eine andere. Das ist von Raymond Malinka aus Uganda. Jawohl. Und es geht eben, ja, um einen Teenager, der ein Hirtenjunge werden möchte. Werden möchte, genau, ganz wichtig. Genau. Und zwar ist das so eine, ja, seltsame Mischung aus Hirtenjunge und Krieger. Und hier kommen auch wieder so zwei Aspekte zusammen, so dieser, ich sag jetzt mal, der afrikanische Krieger, TM, und eben das Hüten von, ja, Rindern im Grunde, wo man so als erstes denkt, hä, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Aber sie haben es ganz gut zusammenbekommen. Ja, und man bekommt ein kleines Abenteuer präsentiert. Ich hab diesen ersten Film gesehen und dachte, ja, naja, also die Optik überzeugt mich jetzt nicht so. Ich fand, den Animationsstyle, es war nicht so meiner, der war okay, aber es war so ein bisschen so, da war ich mir noch nicht ganz so sicher mit diesem Einstiegsfilm. Ja, der ist, was das Technische angeht oder einfach grundsätzlich die Stilistik der uninteressanteste, würde ich sagen. Der ist solide gemacht. Es hat so ein bisschen so an, an eher so die Animation erinnert, die man, die man ja wirklich so aus TV-Serien kennt und nicht unbedingt aus dem Kino. Es ist gut und wertig produziert, aber halt auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ecken- und kantenlos, wobei ich ganz schöne Details fand, dass die Figuren im Gesicht auch öfter so Pigmente hatten, wie man das ja auch, bestes Beispiel ist da Morgan Freeman für, ne? Stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber das fand ich da zumindest designtechnisch sehr schön. Generell haben wir hier auch im Voice-Cast haben wir ja zum Beispiel Florence Kazumba, die man ja kennt aus, ja, Black Panther und ihre Rolle ist im Prinzip fast genau die gleiche. Das stimmt, ja. Aber sie hat sie super gesprochen. Ja, es ist, ich muss ja sagen, ich meine, ich wusste ja nicht so wirklich, also ich wusste so ungefähr, worauf ich mich einlasse. Du bist ja relativ spontan auch mit dem Ganzen hier um die Ecke gekommen. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Plan, dass das überhaupt existiert. Und es ist, wenn man sich auch so in der IMDb anguckt, scheint es auch leider ziemlich unterzugehen auf Disney Plus, was sehr schade ist. Aber was ich tatsächlich sehr reizvoll fand und im Hinblick dann auch auf sowas wie Black Panther, also ich bin nicht der größte Fan des ersten Black Panther, den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Was aber damals schon, als der ins Kino kam, einfach spannend an dem war, war diese Strömung in der Science-Fiction, also dieser Afrofuturismus. Ja, ja. Und der erhält hier auch Einzug. Also zum Beispiel Florence Kazumbas Figur hat irgendwie auch, glaube ich, die hat irgendwie ein sehr spezielles Auge. Und wir haben ja auch hier einen Roboter, der irgendwie aussieht, als hätte er einen gigantischen Strohhut auf. Er sieht aus wie ein Mexikaner als Roboter. Ja, schon irgendwie ein bisschen seltsam eigentlich. Ja, ja. Aber ich muss sagen, diese Science-Fiction-Einflüsse fand ich schon reizvoll. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, also habe ich einfach schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel von gehört, dass das eine sehr andersartige, eigentümliche Strömung einfach in der Science-Fiction ist. Ja, ich fand diesen ersten Film ein wenig schwach tatsächlich, habe dann aber weitergeschaut. Er hat ein paar schöne Details, das stimmt. Aber ich fand, die ganze Anthologie-Serie hat sich gesteigert. Und in diesem ersten Film hat man aber zumindest schon einen ersten Eindruck bekommen davon, was einen erwartet. Und was mir sehr gut gefallen hat, und das ist genau dieser Afrofuturismus, von dem du sprichst, was mir sehr gut gefallen hat, ist eben diese sehr, also natürlich erwartet man als Nicht-Afrikaner vielleicht auch ganz bestimmte Klischees, die hat man ja teilweise auch gekriegt. Aber diese Vermischung von, ja, sowas Simplen wie auf dem Land sein und Rinderhüten mit eben, ja, einem Cypher-Element, das man da eben nicht erwartet. Und dass die Zukunft, die uns hier gezeigt wird, eben aber auch gleichzeitig zeigt, wir machen im Grunde immer noch das, was wir hier auch schon vor tausend Jahren gemacht haben. Ja. Es ist halt jetzt vielleicht nur tausend Jahre in der Zukunft irgendwann. Ja, einfach in einem anderen Kontext oder Setting eigentlich, ne? Das ist, kann eine ganz reizvolle Mischung sein, so dieses, ich sag jetzt einfach mal, ja, Neo-Retro-Flair irgendwie so ein bisschen. Ja, hier hat es auch nicht so, also ich fand den okay, einfach technisch so ein bisschen, ja, bleak irgendwie, wie man ja gerne mal sagt, ne? Ja, es ging interessant weiter mit dem zweiten Film, Mkusi von Simangaliso, Panda, Simbaya und Malcolm Wuppe aus Südafrika. Und das war was, wo ich dachte, wow, Moment mal. Und zwar ist mir da natürlich sofort der Style ins Auge gefallen. Das Ganze hatte so ein, apropos Retro, 90er Jahre Retro-Vibe, du hast das Gefühl gehabt. Also ich hab erst das Gefühl gehabt, ich guck einen typischen 90er Jahre Manga irgendwie. Also da gab's ja so bestimmte Serien, die genauso in diesem Style in den 90ern gelaufen sind. Und das war das eine. Und die zweite Referenz, die ich auch sofort hatte, war natürlich Videospiel. Denn in dieser Folge geht es um ein Rennen, um ein Wettrennen zwischen zwei Figuren, einem Jungen und eben dem großen Champion. Und dieses Wettrennen, das findet auf, ich weiß gar nicht, was sind das, ja, also sind ja keine Autos, sind auch keine Motorräder, sind irgendwie, ja, also irgendwie, ja. Speed Racer. Auf jeden Fall ein Wettrennen. Genau, ein Rennen mit irgendwelchen Speed Racer-Geschichten. Und die ganze Optik ist halt echt so, als ob du ein Computerspiel spielst. Und die Effekte auch und die Soundeffekte auch, so mit Ding, 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 Ding und so. Und ja, also ich war überrascht. Ich fand's ehrlich gesagt cool. Das ist überhaupt gar nicht mein Style. Aber ich fand toll, dass sie gesagt haben, und da setzen wir jetzt drauf und das ziehen wir jetzt durch auf Gedeih und Verdarb. Die Story selber war nichts Besonderes, aber es hat halt super funktioniert mit dieser Optik. Obwohl die Story für mich tatsächlich sehr, also gewisse Parallelen hatte zu hier der Geschichte von Artman bei der zweiten Stoffe Star Wars. Ja, 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 bei Wiggins, ja. Naja gut, es ist halt, es ist halt David gegen Goliath-Trope in Form eines Rennens. Es ist jetzt eigentlich ein klassischer Trope, der hier verarbeitet wurde. Ja, es ist, ja, ich muss sagen, also mir war der ehrlich gesagt ein bisschen zu drüber. Es ist nicht so, dass ich mit Anime-Style gar nichts anfangen kann. Aber das ist so ein bisschen, ja, also das muss man schon mögen. Am Anfang dachte ich, wow, nee, geht gar nicht. Und je länger ich den geschaut habe, ich meine, der war ja jetzt auch nur 16 Minuten lang oder ein bisschen weniger, natürlich mal Abspann und so. Aber je länger ich den gesehen habe, dachte ich, ich finde es irgendwie geil, dass die da wirklich volle Kanne draufsetzen. Auch mit den Schriftzügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus den 90ern. Das war auch eine Zeit lang total cool, da war ich in der Schule. Dass man so Graffiti-Style-mäßig die Buchstaben so geschrieben hat und gemalt hat und gezeichnet hat und so weiter. Die haben echt alles aus den 90ern genommen und so einmal reingepackt. Das fand ich ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz gut. Der Film ist tatsächlich für mich hier, oder dieser Kurzfilm, für mich in erster Linie lebt er durch den Style, weniger durch den Inhalt. Der Inhalt ist okay, aber der Style ist schon das, was es ausmacht. Und das ist natürlich auch das Schöne und der Vorteil mit Animationen, weil du auch eben durch die Bilder und durch die Art der Animation einfach ganz viele Dinge transportieren kannst. Ja, das ist auch das, was ich mir aus der ganzen Serie in erster Linie rausgezogen habe. Also, wenn wir jetzt vielleicht im Verlauf noch merken, keine der oder wenige der Geschichten haben mich so wirklich richtig, sage ich mal, tangieren können. Das ist irgendwo ein bisschen schade, technisch oder Animations, also ich bin ja riesen Animationsfan. Man kann gerne in unsere gemeinsame Sprechung von Star Wars Visions reinhören, die sehr schön war. Also, ich kann mir in erster Linie sowas daraus ziehen, muss ich sagen, hierbei. Und das ist auch interessant, wie eben so eigentlich eher Stile, die man eher so aus dem Westen kennt, wie die jetzt hier auf afrikanische Kultur treffen, beziehungsweise wie afrikanische Künstler das mit westlichen Sehgewohnheiten an die Leute heranführen. Das finde ich sehr interessant. Ja. Der dritte Film war Moremi. Das ist ein Film von Shofila Koka aus Nigeria. Und es geht, ja, um einen Geisterjungen und eine Wissenschaftlerin im weitesten Sinne. Da habe ich ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, bis ich es verstanden habe. Ich muss auch zugeben, ich habe immer, bevor ich die Folge gesehen habe, noch mal kurz die Kurzzusammenfassung gelesen, worum es denn darin eigentlich geht. Weil ich die Hilfestellung tatsächlich ein bisschen brauchte. Natürlich hätte ich es mir auch so zusammen puzzeln können, aber es hätte ein bisschen länger gedauert. In diesem Fall ist es aber so, und das findet nicht nur in diesem Film statt, sondern auch in ganz vielen anderen, dass ganz oft so dieser Gedanke von der Spirit-Welt, also der Welt, wo die Geister oder die Vorahnen oder auch die Toten dann eben residieren, was wir ja, also was ich in erster Linie tatsächlich aus Black Panther kenne, ja. Und was ja aber so einfach eine Vorstellung ist, in vielen afrikanischen Religionen, wenn man von Religionen reden kann. Subkulturen. Dass diese Vorstellung, genau, dass diese Vorstellung einfach so diese ganze Kultur prägt. Das ist ja für mich jetzt hier in Westeuropa was, was ich so eigentlich nicht so wirklich kenne. Zumindest nicht in meiner Vorstellungswelt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass das wirklich so entscheidend ganz oft in vielen der Geschichten war. Und viele Dinge werden auch einfach vorausgesetzt. Und das finde ich auch gut so. Ich finde, man sollte Leute, also ich sage jetzt mal ganz blöd eben weißes Publikum, westeuropäisches weißes Publikum, das keine Ahnung hat, vielleicht von dieser Kultur auch und von diesen Geschichten. Man sollte die fordern. Ich finde, man sollte erwarten können, dass man als Publikum sich dann auch schlau macht. Also, weißt du, was ich meine? Dass man nicht erwartet, dass man, dass man also nicht, also ich finde, sie können erwarten, dass ich als Publikum mir die Mühe mache und das zu verstehen und nicht andersrum. Ja, sagen wir so, also ich bin jetzt durchaus auch ein Verfechter davon, dass man, also halt seinem Publikum auf Augenhöhe begegnet und dass man es aber zugleich auch nicht jetzt unterfordert. Ich finde jetzt auch nicht, dass man also, man kommt hier schon durchaus gut mit. Es ist tatsächlich, ja, so diese Spirituelle, da wird, glaube ich, nicht jeder Zugang zu haben oder zu finden. Es sind aber trotzdem interessante Konzepte, die man eben auch schon, ja, irgendwo ist es sogar dem Klischee danach bei indigenen Volksstämmen etc. Es ist aber trotzdem ganz reizvoll, das vielleicht auch so visuell umgesetzt zu sehen. Und wo wir hier beim Visuellen sind, also spätestens hier kommt richtig durch, dass Peter Ramsey seine Wurzeln bei sowas wie Into the Spider-Verse hat, ne? Das ist ja fast deckungsgleiche Stilistik und ich muss sagen, also ich bin ja, Across the Spider-Verse ist ja für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich bin sehr fasziniert aktuell eh von dieser, ja, von irgendwie so einer Trendwende im Mainstream, was, ja, im Animationsbereich eben, ne? Also, dass man jetzt abrückt von so perfekten 3D-Welten, die wir auch schon jetzt eigentlich eher im ersten Kurzfilm gesehen haben, jetzt mehr so hinrückt zu, ja, experimentellerem, was auch sich irgendwie mal traut, 2D mit 3D so ein bisschen zu verheiraten, ne? Auf visueller Ebene und das finde ich, das finde ich gerade total spannend und da kommt ja dieses Jahr auch noch beispielsweise jetzt im August bald schon dieser Turtles-Film, der sieht auch wieder sehr interessant aus oder ich weiß nicht, ob du den gestiefelten Kater zum Beispiel gesehen hast, den zweiten Teil. Ja, den habe ich, ach, den zweiten, war das der zweite? Das ist der zweite, der neue ist der zweite. Ah, okay, ja, den habe ich gesehen, ja. Der ist toll. Ja, auch, ja, ja. Ich finde sowieso aktuell kriegen wir ganz, ganz viel tolle Animationsfilme präsent. Ja. Oder eben Animationsprojekte, wie auch eben dieses Projekt, mit denen man irgendwie gar nicht so richtig gerechnet hat vielleicht auch, genau, ja. Ja, es ist so schön, dass man in so einem kleinen Rahmen von Disney Plus oder eben dann auch hier bei Netflix mit hier Love, Death & Robots oder was, das sind so schöne kreative Inseln, sage ich mal, ne? Ja. Und dass man dann auch so ein bisschen, ja, obskurere oder unkonventionelle Sachen dann in der Form an Publikum herantragen kann. Ich meine, wobei, da muss ich jetzt sagen, dass, also ich finde es hier auch visuell wahnsinnig interessant und auch inspirierend. Die Bandbreite ist natürlich bei sowas wie Star Wars Visions noch ein bisschen größer gewesen. Also da haben sie ja wirklich schon irgendwie mit Schaumstoff oder auch mit Plastilin gearbeitet. Sowas siehst du ja eigentlich gar nicht im Mainstream. Ich glaube, dieses Projekt entspricht eher Visions Season 1. Ja. Und nach dem Erfolg von Visions Season 1 wurden ja erst die anderen darauf aufmerksam, dass man das machen kann. Und deswegen wurden ja ganz viele Studios von draußen reingeholt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ich befürchte, es wird keine zweite Staffel geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ähnliche Anthologie-Serien von Disney gemacht werden, wo dann einfach, wenn Leute sehen, es ist erfolgreich, auch über ein Franchise-Universum hinaus, dass dann vielleicht einfach mehr Studios reingeholt werden ins Boot. Weil das hier, hier gibt es zwar Unterschiede in den Animationsstyles, definitiv, aber es ist doch alles gewohnte Animation, sage ich jetzt mal. Während eben bei Visions 2 der Vorteil war, dass du, wie du gesagt hast, eben zum Beispiel auch Stop-Motion dabei hattest. Oder eben Dinge, die man sonst nicht so sieht. Filz, Figuren und was nicht alles. Und das war aber möglich, weil es Star Wars ist. Da trägt der Name, die Marke trägt. Das ist hier natürlich jetzt noch nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt hier dieses Projekt Disney, die sagen, wir möchten einfach gucken, A, ob es funktioniert und B, natürlich gleichzeitig auch eine Plattform bieten für diverse Diversität tatsächlich auch. Ich meine, das mag vielleicht auch nur ein Prestigeprojekt sein, weil sie sagen, damit zeigen wir uns als diverses Studio, die diverse Künstler unterstützen. Aber, weißt du, bei sowas sage ich mir dann, und wenn das das Ergebnis ist, dann ja, es mag ein Prestigeprojekt sein, aber es öffnet doch einfach trotzdem die Tür für Künstler, die sonst nie die Chance hätten, ihre Arbeit so zu präsentieren. Und wenn dann nur 10 Prozent der Zuschauer sagt, Mensch, finde ich toll, möchte ich mehr von sehen, dann ist es schon echt ein Gewinn. Ja, für so kleine Studios ist das einfach schön. Ich meine, du hast ja auf Disney Plus hier bei Pixar gibt es ja auch so diese Sparte Spark Shorts. Ich weiß nicht, ob du die mal entdeckt hast. Ja, die kenne ich. Da gibt es ja auch, also da werden ja auch sogar wirklich diverse Themen angesprochen. Weiß ich nicht, hier mit Homosexualität spielt da einmal sogar eine Rolle oder auch hier ein behinderter Animationscharakter. Wäre schön, wenn das einfach noch mehr Schule macht. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Pixar Spark Shorts auch seinen Anteil daran hat, dass man jetzt sowas hier überhaupt umsetzen kann. Aber ich fürchte, das hier ist vielleicht auch ein bisschen, ja, also wie du schon meintest, bei Visions hast du halt den Franchise-Zugang über Star Wars. Bei Pixar ist es halt Pixar, das kann irgendwie auch so mitlaufen in dieser Tradition der Vorfilme. Das hier hat es jetzt nochmal deutlich schwieriger, weil es eben auch halt sehr eindeutig kulturell geprägt ist und dadurch vielleicht auch ein bisschen exotischer. Aber das muss ich sagen, finde ich sehr spannend daran. Ungeachtet dessen, muss ich sagen, hatte ich ja auch schon zu dir im Vorgespräch gemeint. Und ich habe wirklich, ich habe einen Großteil dieser Kurzfilme erst heute Vormittag gesehen und ich habe echt Schwierigkeiten, mich an so gewisse Sachen zu erinnern. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, lass uns mal weitergehen. Ich habe eine Theorie, beziehungsweise ich muss sagen, für mich wurde die Serie, also ab jetzt, ab Teil 4 hat die für mich deutlich an Qualität angezogen. Es kommt nämlich Surf Sangoma, da geht es um einen Derbim im Jahr 2050, auch die Macher dahinter aus Südafrika und um zwei Freunde, die eben alles riskieren, um illegal zu surfen. Und da ist eben, also das Spiel in einem dystopischen Derben, das im Wasser untergegangen ist und also diese ganze Prämisse dieser Welt, die da gezeigt wird, finde ich sehr, sehr spannend. Und die beiden sind eben, oder der eine, die eine Hauptfigur sind eben Surfer, aber man surft eben nicht mehr auf dem normalen Meer draußen, weil es zu gefährlich ist und zu wild und zu stürmisch. Ja, und jetzt geht es eben, das Ganze ist so eine eklektische Mischung, würde ich sagen, diese ganze Story aus, so eine Art Coming of Age, sich selber beweisen, dass man es kann. Und erwachsen ist und gleichzeitig aber auch so ein bisschen so eine, ja, Mad Max-Geschichte, so ein bisschen, ja, halt sehr postapokalistisch alles. Aber ich fand es sehr spannend, dass hier eben Surfen als, also in den Mittelpunkt gestellt wurde, weil, weil, weil Surfen, hallo, also bitte. Ja, ich fand also, da waren, ich fand, da waren ein paar sehr schöne Ideen einfach drin. Also gerade das mit Surfen hat mich irgendwie nicht gekriegt. Ich hätte das ganze Setting drumherum viel interessanter gefunden als diesen Surf-Contest oder was auch immer. Wobei das halt natürlich, glaube ich, gewählt wurde, weil ja gerade in dieser Ecke von Südafrika Surfen, das ist ein, nicht nur ein Hobby, das ist ein Lebensstil. Das ist, davon lebt die Stadt und der Tourismus und alles. Das ist halt, das ist eins der Surf-Mekka in dieser Welt. Ja, ist gut möglich. Also es hat mich, ja, ich, naja, das, das war halt so, also auch mit diesen Coming-of-Age-Aspekten, das wirkte halt für mich irgendwie alles ein bisschen zu, schon x-mal da gewesen. Ich weiß nicht, also da fand ich wirklich das Setting und auch den visuellen Stil deutlich interessanter als, als das Inhaltliche. Und für mich hat es hier halt inhaltlich tatsächlich angefangen anzuziehen. Ich fand die Geschichte wirklich gut. Ich fand die Auseinandersetzung der zwei Freunde sozusagen, die ja auch eine Rolle spielten, sehr gut. Also hier fing es für mich an, spannender zu werden, einfach aber auch tatsächlich durch das Worldbuilding, das wir hier bekommen haben. Das hat für mich in erster Linie die Spannung ausgemacht und natürlich war es optisch auch einfach sehr, sehr schön. Also gerade hier so stilmäßig und so, es ist jetzt keine Art von Animation, die wir noch nie gesehen hätten, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und gerade auf dem großen Bildschirm wirkte das halt schon toll, wie die da halt im Meer unterwegs sind und die Wellen und so weiter und so fort. Ja, ich habe es nur auf dem Laptop gesehen, vielleicht liegt es daran. Ja. Aber ja, also der schwimmt, ha, 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 no pun intended. Auch ein bisschen so optisch auf der Welle von dem dritten, von dem Vorgänger-Vorfilm, meine Güte, Vorgänger-Kurzfilm, ich kann auch kein Deutsch mehr. Und damit auch wieder so ein bisschen in Richtung von dem, was Into the Spider-Verse macht. Ja. Ja, also ich meine, es ist schon bemerkenswert, wenn man überhaupt so ein bisschen, sag ich mal, Worldbuilding oder ... Um 16 Minuten unterkriegt. Genau, genau. Vor allem 16 Minuten auch wirklich jedes Mal, muss man hier ganz klar als Disclaimer sagen, mit Abspann. Also meistens sind die nur 10 Minuten lang, das ist richtig. 10, 12 Minuten maximal, ne, dann hat man wieder gefühlte tausend Specher-Wafeln. Aber hier muss ich sagen, das Ende dieses Films, ein kleiner Spoiler, der hat mir sehr gut gefallen, weil wir da nämlich so eine Art Rauszoomen bekommen und das unter Wasser. Und das sieht halt toll aus, was wir da alles zu sehen kriegen. Oh stimmt, ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ja, es kommt ja in uns zurück. Es ist echt, also es ist bemerkenswert, wie wenig hängen geblieben bei mir ist. Also ich weiß es nicht. Der nächste ist dann auch so ... Aber den fand ich halt von der Story her super. Toten Probleme heißt der von Chebo Mochi, auch aus Südafrika. Mhm. Und optisch ist der wie einer von diesen typischen 2000er Zeichentrickserien, die man so gesehen hat. Ich vergesse immer, es gibt so eine Zeichentrickserie, an die mich das erinnert hat. Ich weiß nicht, du kannst da vielleicht irgendwie mir aushelfen. Diese, wie nenne ich diesen Style? Basketball-Style-Zeichentrick? Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Es ist ja auf jeden Fall relativ, also es ist jetzt nicht total rudimentär. Es sieht gezeichnet aus eigentlich, also sehr 2D-mäßig. Es gab sowas auf jeden Fall schon, also auch so die Konturen sind ja relativ stark. Ich überlege wirklich gerade, womit man es vergleichen könnte. Also mir liegt es praktisch auf der Zunge, aber ich kriege es nicht raus. Also irgendein 2000er Zeichentrick. Ja, 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 also es ist auf jeden Fall sehr stark davon beeinflusst. Ja, sehr hektisch auch in den Bewegungen. Was mir ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, ich fand auch das Art-Design insgesamt, ah, es war irgendwie sehr drüber. Die Geschichte ist irgendwo okay, was ich so designtechnisch ganz nett fand, das dann eben, also hatten wir jetzt eigentlich gesagt, worum es geht. Da ist ja, wie ist das hier mit dem Totem, ist das doch, ne? Genau, also um in der Gesellschaft vom Kind zum Erwachsenen zu werden, beziehungsweise als Erwachsener anerkannt zu werden, musst du dein eigenes Totem bekommen. Das ist so eine Art, ja, Ritual eben, durch das alle durchlaufen. Und in diesem Fall ist die Hauptfigur Shiba eben ein Mädchen, das ihr Totem bekommen soll. Und bei der Totem-Zeremonie geht aber was schief. Und sie hat kein Totem. Und das ist eben ein großes Problem. Und jetzt möchte sie versuchen, ihr Totem eben doch zu bekommen. Und dafür reist sie in das Reich der Ahnen, sprich in das Geisterreich, hier sind wir wieder. Und um da eben ihr Totem zu bekommen. Und trifft dann natürlich auf ihre Familie, von der sie das Totem ja ursprünglich hätte bekommen sollen. Und das Interessante hier ist eben, im Gegensatz zu Geisterwelt, der wir ja im dritten Film begegnet sind, in Moremi, ist es hier so, dass die Geisterwelt eigentlich wie so eine große Corporation dargestellt wird, wie eine große Firma mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen und Sekretärinnen und Chefs, Kopierräumen und so, so ganz, ganz typisch. Und deswegen ist es so eine ganz andere Art, das darzustellen. Und alles sehr bunt und sehr laut. Und du sagst es drüber, aber das gefällt mir. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu dem Zeichen-Style, den wir hier halt sehen. Es mag dazu passen. Es ist, glaube ich, ich bin, also ich bin damit nicht so wirklich warm geworden. Die Idee von diesem, sag ich jetzt mal, administrativen Jenseits, in Anführungsstrichen, fand ich ganz nett. Das hatte irgendwie, ja, so von der Herangehensweise erinnerte das so ein bisschen an so Pixar-Filme fast schon. Mhm, ja, fand ich auch. So ein bisschen wie in, oh, wie hieß es? Hieß es? Soul, ja, genau. Nee, ich glaube, in Soul, oder war das doch? Kann auch, stimmt, Soul. Wo diese ganzen, genau, wo die da auch eben so Corporate-mäßig unterwegs gewesen sind oben. Ja. Mit den Seelen, genau. Ja, und dann hier, ja, vom Design her fand ich es noch ganz nett, dass hier die, äh, die Ahnen, das, also das war jetzt nicht, wer weiß, wie ein starker Kontrast von der, von der, äh, Darstellung her, äh, aber sie war ja halt so normal gezeichnet und die anderen dann halt so ein bisschen transparenter, ne? Das, äh, das fand ich ganz nett. Aber ansonsten, ah, es ist irgendwie, das, das mag jetzt echt, keine Ahnung, es ist wirklich total seltsam, wie wenig einfach bei mir haften geblieben ist mitunter. Es ist, vielleicht hätte ich mir dabei Notizen machen sollen, ich weiß es nicht. Naja, also bei diesen Totenproblemen hast du natürlich so wieder diese, dieses Erwachsenwerden, sich Behaupten. Ja. Ähm, aber auch, auch, aber auch natürlich, was ja auch eine Rolle spielt, klar, Familie ist natürlich auch immer so ein starker Faktor und aber auch die Konkurrenz innerhalb der Familie. Also von welcher Seite der Familie bekommt sie denn jetzt ihr Toten? Ist sie mehr wie Mutter, ist sie mehr wie Vater? Diese ganze Diskussion und so, das, das fand ich auch ganz spannend. Und das ist auch was, was man, was ich, ähm, was mich so ein bisschen ehrlich gesagt, aber das ist mein Referenzrahmen eben auch, an Mulan erinnert hat. Da hattest du ja, hast du ja auch die Diskussion gehabt bei den Ahnen. Also wessen Seite und wer und überhaupt und sowieso. Das fand ich irgendwie noch ganz nett, weil das konnte man irgendwie nachvollziehen. Das ist, glaube ich, in jeder Familie immer so ein bisschen. Also wo kommt das und das her, die und die Eigenschaft und wem ähnelt sie denn mehr und so. Ja, und hier halt aber natürlich alles ein bisschen mehr Cutthroat, weil ja eben jeder von der Familie sein Totem ihr geben möchte. Ja, das fand ich, ich fand nett. Ich fand auch diese Idee mit dem Totem eben einfach eine nette Idee. Und so, da hat mich tatsächlich die Story mehr überzeugt, als die, als das Zeichentrick oder die Animation selbst. Aber das ist reine Geschmackssache. Ja, das ist so ein bisschen, äh, damit steht und fällt das, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, inwiefern man bereit ist. Also nicht nur, dass man sich auch ein bisschen, ja, wohl so sehr kulturelle Geschichten waren ja jetzt, ja gut, mit dem Totem schon irgendwo, aber das ist ja was, wo, wo das westliche Publikum sich auch durchaus irgendwie mit identifizieren kann. Natürlich. Man merkt auch, dass sie insgesamt schon darauf geachtet haben, dass das nicht zu sehr, äh, in spezielle, äh, äh, Formalitäten irgendwie abgleitet, ne? Ja, 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 also das funktioniert, es ist und bleibt eben Sci-Fi. Und wenn man Sci-Fi-Fan ist, dann kann man da auch, kann man das auch gut verstehen. Und, äh, dann ist dann, und dann hast du natürlich, klar, du hast, wie, wie schon gesagt, eben auch immer mal wieder zum Beispiel auch afrikanische Sprache. Also, aber dann, also so Kleinigkeiten, dass dann Namen und, äh, sowas wie Danke und Bitte und Schatz und sowas, dass das eben in der entsprechenden Sprache dann ausgesprochen wird. Und das wird auch nicht übersetzt. Also die Untertitel zeigen dann auch das afrikanische Wort an. Und das meinte ich vorhin mit, ich finde gut, wenn der Zuschauer halt einfach selber auch ein bisschen vielleicht arbeiten muss. Genauso wie, ähm, wie jetzt hier, die, die, die Serie heißt ja, äh, Kisaza Moto. So, es steht zwar Generation Fire unten drunter. Man könnte sich also denken, dass Kisaza Moto vielleicht die Übersetzung, äh, also Generation Fire die Übersetzung ist. Aber dann geht man halt mal zu Google und googelt mal, ja. Oder zu DuckDuckGo oder Bing oder wer auch immer. Es gibt ja noch ganz viele andere, ja. Aber, also das meinte ich mit, dass das einem nicht so vorgekaut wird. Und das sind nur Kleinigkeiten, aber, äh, weißt du, so. Ja, es sind, ähm, interessante Details, so ist es nicht. Also, äh, insbesondere, da kann man dann jetzt eigentlich auch gut rüberspringen zur nächsten, also Mukozei. Mhm. Äh, die platzt ja geradezu vor, vor, äh, Detailreichtum. Mhm. Äh, da stehen dahinter Piusen, Jeva und Tavaja, ich glaube, so spricht man sie aus Huwe. Wir haben's versucht. Wir haben's versucht. Genau. So viel zu, wie googeln es mal. Äh, aus Zimbabwe. Und ich glaube, es spielt auch in Zimbabwe, nicht wahr? Es spielt auf jeden Fall in Zimbabwe. Ähm, es wird ja an einer Stelle irgendwie auch erwähnt, also jetzt hier, äh, ja, eben das, das Zimbabwe, das hier und jetzt und dann im Kontrast so mit so Neo-Zimbabwe. Äh, was wir dann ja auch zu sehen kriegen und das, muss ich sagen, ist schon, boah, also für so einen 10-, 12-minütigen Animationsclip eigentlich ja nur. Mhm. Äh, 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 ist das bemerkenswert, was sie hier auffahren, also. Toll. Ja, das. Eine der besten mit, fand ich. Ja, das schon, also was, was mich so ein bisschen gestört hat, beziehungsweise womit ich nie so wirklich klar kam, äh, ist so dieses ganze Influencer-Gelaber von dem, von der Hauptfigur. Fand ich super, denn darum geht es in der Story, es geht um einen Influencer, der eben durch, äh, ein unglückliche Umstände im Zimbabwe der Zukunft landet, also aus dem Zimbabwe, seinem Zimbabwe eben in einer alternativen Timeline. Also es ist tatsächlich Multiverse-mäßig, es wird sogar auch von Multi-Universen gesprochen. Ja, ja. Und er leidet eben in dieser alternativen Zeitlinie und trifft da auf, äh, eine, eine Frau und, ja, und dann geht das Abenteuer los, äh, das ja im Endeffekt darauf hinaus geht, dass man vielleicht auch wieder zurück versucht, versucht zurückzukommen, so. Und alleine, dass wir uns eben in dieser alternativen Zeitlinie befinden, wo alles sehr viel, also, und zwar haben sie gesagt, und das fand ich auch sehr schön, weil ich gedacht hab, oh, kommt da etwa ein kleiner politischer Aspekt mit rein, weil eben nämlich erklärt wird, als sie in diesem Zimbabwe, in dieser alternativen Zeitlinie sind, dass sie sich in einem Zimbabwe befinden, das nicht kolonialisiert wurde. Mhm, ja. Und ich dachte so, wow, so nach dem Motto, wenn die Weißen nicht gekommen wären und damit natürlich alles, was damit einhergeht, Unterdrückung, Sklaverei, etc., etc., dann hätten wir uns zu dieser hochtechnologisierten, ähm, utopischen Zukunft hin entwickelt. Und ich dachte so, wow. Wakan da alles grüßen, ne? Ja, das schon, aber eben auch so diese ganz klare Kritik, so nach dem Motto, durch die Unterdrückung des Weißen, Mann, es war natürlich nicht ganz so, also, eindeutig, aber das war natürlich ganz klar drinne. Ja. Ich dachte so, oh, okay. Und das war wirklich nur so ein Halbsatz, den hätte man genauso gut auch ganz leicht überhören können. Aber dann dachte ich mir so, okay, gut gemacht, sehr subtil. Ja, das mochte ich tatsächlich auch. Also, es ist, äh, also, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, das ist der bildgewaltigste Beitrag. Ja. Und womöglich auch, also, die ganzen Dinger sind ja auch wahnsinnig farbenfroh einfach, das zieht sich ja quer durch. Da merkt man eben auch einfach, wo das herkommt, beziehungsweise wo da einfach die kulturellen Wurzeln liegen. Ja, wie gesagt, ich hatte so meinen, nein, ich hab mit der Hauptfigur einfach nicht viel anfangen können. Und, ähm, dieses, äh, also, das, das Konzept des Multiversums finde ich eigentlich reizvoll. Hier wirkte das auf mich allerdings so, ich weiß nicht, eine Zeit lang war ich am Überlegen, oh, ist das jetzt der Dritte, der irgendwie ins Jenseits plumpst oder was auch immer. Ja. Und nein, es ist dann nur das Multiversum. Ja, das wirkte so ein bisschen, das, 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 man, man hätte das irgendwie ein bisschen anders verpacken können. Zumal ja eigentlich sogar suggeriert wird am Anfang, dass er durch das, was er da irgendwie mit seinem Influencer-Bullshit veranstaltet, dass er, äh, dadurch das Zeitliche gesegnet hätte, ne? Mhm. Und, äh, dann auch die andere, wo es dann heißt von wegen, ach nee, du bist, du bist, du bist hier geblieben, weil du, weil du, äh, entfliehen wolltest. Spoiler. Dachte ich mir auch so, ist die irgendwie, äh, keine Ahnung, hat die Suizid begangen oder ist die, hat die, 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 dieselben dummen Faxen gemacht wie er. Das war so ein bisschen, ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist schon eine der besseren Episoden. Allein schon wirklich wegen der, also das kann man wirklich nur nochmal sagen, für so einen Kurzfilm fahren die hier eine, 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 äh, Wucht in den Bildern und in Farben und Eindrücken auf. Das sucht schon seinesgleichen, insbesondere in so einem, ja wirklich eigentlich engen Korsett von zehn, zwölf Minuten, ne? Hm, ich fand tatsächlich den Twist, den wir durch sie bekommen haben, noch ganz spannend. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber mehr verraten wir jetzt nicht. Du hast schon ein bisschen fast zu viel verraten. Man kann trotzdem reinschauen, ja. Der nächste Teil, Hatima, von Terrence Maloleko und Isaac Mogajane, Mogajane, auch wieder Südafrika, als, äh, als Stichwort hier mit dabei, äh, erzählt von zwei Nationen, eine, die unter Wasser lebt und eine, die auf dem Land lebt, die im Krieg miteinander sich befinden und am Ende etwas sehr Spannendes herausfinden, was vielleicht, ja, äh, diesen Kampf beenden könnte, man weiß es nicht genau. Auch hier wieder Tropes, die nicht neu sind. Hier wird eine Story erzählt, die man auch schon oft gesehen hat. Aber ich finde trotzdem, dass sie solide und ordentlich erzählt ist. Und hier konnte ich tatsächlich mit den beiden Hauptfiguren oder der einen Hauptfigur mich ganz gut, äh, also mit einfühlen. Mhm. Das Ganze hat übrigens so einen leicht 2D-artigen Charakter auch wieder. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht reine 2D, aber es sieht schon eher gezeichnet aus als animiert. Oder ist animiert, ich weiß nicht, ist das ein falscher Ausdruck vielleicht, weil animiert ist ja auch gezeichnet. Ja, also nicht, es ist, also es ist jetzt nicht handgezeichnet, aber es ist, äh, es, es schlägt schon eher so in die Richtung aus. Fast schon so ein bisschen wie, äh, jetzt zum Beispiel hier Spongebob wird heutzutage ja auch digital gezeichnet. Ja, ja, ja. Da hast du auch die allerersten Sachen, die noch, äh, wirklich per Hand, äh, animiert wurden. Mhm. Äh, von der Geschichte her setzt sich hier so ein bisschen das fort, was man in der ersten Folge hatte. Äh, ich hab ja Black Panther Wakanda Forever nicht gesehen, aber das hatte hier schon starke Vibes davon, oder? Das stimmt, ja, das war schon ähnlich, aber das liegt auch daran, dass, äh, auch Wakanda Forever sich eines Tropes bedient hat, der auch nicht neu ist. Also ich glaube, hier ist weniger die Tatsache, dass sich dieser Film bei Wakanda bedient, als dass dieser Film einfach den gleichen Trope verarbeitet, ja. Nichtsdestotrotz fand ich, äh, fand ich auch diese Geschichte ganz nett. Also das, die hat mich gut erreicht, äh, und, äh, ja, war also gut zu gucken. Die hatte nur, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, hatte die irgendwie ein sehr plötzlichen, plötzliches Ende? Ja, und vor allen Dingen auch ein Ende, das nicht eindeutig war, was ich gut fand. Mhm. Weil man ja jetzt hätte erwarten können, dass vielleicht dann am Ende so nach dem Motto, Friede, Freude, Eierkuchen, alles super und so war's eben nicht. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, dass einfach an dem Punkt gesagt wurde, so, Punkt und jetzt Schluss. Und jetzt hätte mich natürlich noch interessiert, wie's weitergeht, aber das ist eben einfach unwichtig für diese Szene, für diese, diesen, diese kleine Geschichte aus diesem großen Arc, der erzählt wird. Und was ich hier auch noch ganz nett fand, war eben dieses Thema Krieger. Also das hast du ja, das verbindet man ja so ein bisschen klischeemäßig auch mit Afrika, die Kriegergesellschaft. Du hast ja auch noch afrikanische, teilweise Stämme tatsächlich, diese Stammeskultur zum Teil, wo du eben auch die klassischen Krieger halt hast, ja. Ja, also ich als Laie denke natürlich immer so an die Sulu, aber da gibt's natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Und das spielt ja auch so ein bisschen so eine Rolle, also dieses Kriegersein, Repräsentieren, Anerkennung als Erwachsener, also das sind alles so Dinge, die mitverarbeitet werden. Sulu ist, glaube ich, ein schönes Stichwort beim achten Ding dann, ne? Richtig, genau, genau. Weiß ich doch noch was. Genau, ja, da geht es, das ist jetzt Sternstaub, den ich vorhin fälschlicherweise als ersten Film eigentlich hatte, von Ahmed Telab aus Ägypten. Und das war tatsächlich, ich glaube, mein zweitliebster Film unter allen, die wir gesehen haben. Da geht es um ein Mädchen, das eben als Stallmarkt arbeitet, als Stallburcher, Stallmädchen. Und es kommt immer wieder, das gehört wohl zur Kultur, es kommt ein Orakel, der Schriftrollen verteilt an die Reichen und Anerkannten, eine höhere Schicht, also repräsentieren nicht eben an die einfachen Stallburcher und das einfache Volk. Und diese Schriftrollen bekommt man, bevor man seinen 18. Geburtstag eben erreicht. Und wenn man dann seinen 18. Geburtstag erreicht hat, die Volljährigkeit, öffnet sich diese Schriftrolle und sie wird dir erzählen, was du mal für ein Schicksal haben wirst. Also wirst du ein Arzt, wirst du ein Lehrer, wirst du Krieger, was auch immer. Ja, und wie gesagt, normalerweise bekommen diese Schriftrollen eben eigentlich die Reichen aus der Stadt präsentiert bei einer öffentlichen Zeremonie. Und dieses Stallmädchen unterbricht diese Zeremonie und sagt, sie möchte eben auch eine Schriftrolle bekommen und bekommt diese Schriftrolle auch. Und dann, damit beginnt eben ein Abenteuer und ja, eine klassische Identitätssuche. Ja, und wie gesagt, das fand ich sehr, sehr schön. Und natürlich hast du einen kleinen Twist in der Story, selbstverständlich. Ist ja klar, muss ja sein. Also die Story, auch hier muss ich wieder sagen, ja, diese Geschichte haben wir auch schon in diversen Variationen gehört. Nichtsdestotrotz hat mir die wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch von der Animation her, ich finde es immer schwierig zu sagen, an was mich das erinnert. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, was haben wir da Vergleichbares? So ein bisschen. Es hat mich so ein bisschen erinnert an diese, ironischerweise jetzt eher Folge aus Indien von hier, von der zweiten Staffel Visions. Visions, mhm. Okay. Das hatte ja auch so leicht was von dem Style, den man auch aus The Clone Wars kennt. Stimmt, ja. Hier aber noch tatsächlich ein bisschen deutlich detaillierter. Ich muss sagen, hier waren tolle Details drin, also auch so bei der Kleidung, bei den Kostümen, in Anführungsstrichen. Also, ja, man merkt auch schon sehr, also, das ist jetzt hier schon eine ganz andere Schlagrichtung als zum Beispiel das, was wir aus Südafrika gesehen haben, ne? Ja. Und auch so mit diesen, also auch wie das so ein bisschen mystisch angehaucht ist mit hier Schriftrollen, das ist ja. Und Schicksal. Genau, da merkst du direkt, das ist irgendwie, wenn du es da nicht weißt, dann merkst du, dass das irgendeine Verbindung zu Ägypten hat. Und, also, das fantastische Element ist in dieser Geschichte viel größer als das Sci-Fi-Element. Ja. Während, also, ich finde, bei den, bei vielen der Filme, die wir vorher hatten, war das Sci-Fi-Element mehr im Vordergrund. Hier haben wir jetzt das fantastische Element. Wir hatten aber auch schon im dritten Film mit dieser Spirit World eine gute Mischung aus Fantastik und Sci-Fi. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, welche Art von Sci-Fi. Es gibt ja Hard Sci-Fi und dann gibt es auch wieder andere Varianten. Ich finde, du hast so ein bisschen von allem hier, aber wie gesagt, hier hast du recht. Mehr so ein fantastisch Märchen, Märchen, das ist der Hesse, märchenhafter Charakter. Ja, in Hessen. Genau. Ja, nee, also, das war schon einer, der mir schon, das Ende hat mir da sehr gut gefallen. Also, auch wenn diese Moral am Schluss dann ist von wegen, ich will genau das sein, was ich jetzt bin, das ist jetzt auch nicht neu. Aber es wurde ja eigentlich ganz schön hergeleitet und hat mir als Schlusspunkt dann auch gefallen. Wobei, da hätte ich jetzt mal die Frage an dich, bei Visions oder auch bei anderen Anthologien hast du ja oft das Gefühl, oh, ich würde am liebsten noch viel, viel mehr davon sehen wollen. Ja. Also, von wegen, es fühlt sich irgendwie an wie fast ein Auftakt, also hier zum Beispiel 9th Jedi bei Visions. Sonst, äh, da würde ich Alice eine ganze Serie von sehen, in dem Stil. Äh, hattest du irgendwo hier bei, bei der Serie jetzt das Gefühl, dass du da noch mehr von haben wollen würdest oder war das für dich immer genug? Hm, also, ich hätte, es gibt ein, zwei Welten, die ich tatsächlich gerne nochmal besuchen würde. Dazu gehört die aus, äh, aus dem vierten Film, also die Surfwelt, weil ich, das, äh, das würde mich, fände ich einfach spannend, da mehr zu sehen. Ja, es war interessanter als die Geschichte. Dann der sechste Film, äh, Mogutsei, wo wir eben uns in diesem Zimbabwe der Zukunft befinden, da würde ich auch, ich glaube, da kann man auch ganz viele Storys erzählen. Weil, tatsächlich würde mich interessieren, ähm, bei Hatima, dem siebten Film mit den zwei Nationen, Wasser und Land, wie es dann ausgeht. Also, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber das würde mich dann doch nochmal interessieren. Äh, äh, tatsächlich hier, der achte Film ist auch eine Welt, die ich gerne wieder besuchen würde. Ich würde auch einfach gerne wissen, wie es dann mit dieser Hauptfigur tatsächlich weitergeht. Und der zehnte Film, der ja jetzt noch kommt, den möchte ich, den würde ich auch gerne nochmal wieder sehen. Also, aber das ist ehrlich gesagt alles nicht so, dass ich unbedingt... mehr sehen muss. Also, ich finde schon, dass die Geschichten, die wir hier gezeigt bekommen, eigentlich alle so enden, dass man da zufrieden rausgehen kann und sagen kann, ja, war schön und reicht mir aber auch. Ja, bei mir ist es so, dass ich, äh, gern andere Geschichten in diesem Setting sehen würde, tatsächlich. Mhm, ja, aber es ist ja gut, ist ja super. Also, dann hat dich das richtig mitgenommen, ist doch schön. Also, zumindest bei der, bei der, äh, siebten Episode, äh, oder hier, Mukozei war doch die, die siebte, ach Gott, ich komme so durcheinander. Mukozei war die sechste. Genau, äh, genau. Äh, da würde ich tatsächlich gerne noch mehr von sehen, weil ich das, äh, visuell dermaßen überwältigend fand, tatsächlich schon. Ja, ja, ja. Apropos, äh... Überwältigung. Äh, von Lisego Wosta, eben auch, äh, mit Südafrika als Schlagwort. Mhm. Da geht es ja auch wieder um Influencer, nämlich, äh, darum. Aber total. Mhm. Ja, und zwar darum, und das ist, denke ich, eine große Satire auf das Influencertum, was ich ja wiederum, also als Satire sehr gut finde. Da geht es eben darum, dass es Götter gibt, die einen Wettbewerb veranstalten. Und zwar kann jeder zu einem Gott aufsteigen, wenn er denn, ähm, genug Follower hat. Ja. Und alle diese Götter sind eben Follower. Das heißt, es wird natürlich so ein bisschen auch so dieses, äh, Entschuldigung, alle diese Götter haben Follower. Und es wird natürlich auch so ein bisschen so dieses Bild auf die Schippe genommen, so dieses im Internet, die großen Influencer, die großen Namen, die werden verehrt wie Götter von ihren Followern. Das ist ja so dieser Gedanke, der dahinter steckt. Und hier in dem Film geht es eben um einen jungen Künstler, der gerne Gott der Kreativität werden möchte. Und damit das klappt, muss er halt eben Follower sammeln und was er dafür alles tut, um diese zu sammeln und so weiter und so fort. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Und natürlich wird auch hinterfragt, was ist wichtiger, sein oder schein, ja. Und wir sind uns einig, dass es natürlich sein ist und nicht schein, aber da müssen wir uns erstmal hinarbeiten zu diesem, zu diesem Endergebnis, zu diesem Fazit hin. Ja, was sagst du dazu? Also am Anfang war ich erst völlig entsetzt, weil es wirkte auf mich wirklich fast schon wie so eine, ja, in der Animation verpackte Variante von irgendwelchen Dating- oder Reality-Shows, die man von MTV noch kannte. Das ist ja schon Absicht, das ist ja extra so in Reality-TV-Format aufgebaut, weil du ja eben genau so einen Wettbewerb ja durchgehst, um Gott zu werden, ja. Ja, ja, genau und das, also erst hatte ich da irgendwie total mit gefremdelt, aber dann hat es mir tatsächlich gefallen und ich fand auch das Ende sehr gut, vor allem, also ich hab mir die ganze Zeit gedacht, ich bin ja, kann man auch sehr gerne in die Besprechung von der sechsten Staffel reinhören, ich bin ja auch ein Fan der Serie Black Mirror. Ja, 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 ja. Das hier wär ein Stoff, den man auch da hätte haben können, beziehungsweise da hatte man auch schon, wenn auch in der allerersten Staffel auch was mit Casting-Shows, beziehungsweise Casting-Show und irgendwie, weiß ich nicht, Americaner Idol-mäßig, so als mehr vom sozialen Aufstieg. Oder aber auch eine andere Folge und das ist ja, weiß nicht, ob du das jetzt so auf dem Schirm hast, aber in China ist das ja tatsächlich schon Gang und Gäbe, dass du so ein Social-Ranking-System hast, also dass die Leute sich eigentlich nur noch von morgens bis abends für alles mögliche bewerten. Und wer da nicht mitmacht, landet total im Keller und das kannst du dann praktisch hier, also mit Followern ist es ähnlich, auch wie schnell dann hier die gefeierte, also der gefeierte Social-Media-Star, wie schnell die dann abstürzt, wie schnell die Image beschädigt ist. Ich weiß nicht, warum ich musste, mir fällt leider der Name nicht ein, aber es gab wirklich mal irgendeine, so ein Quatsch auf MTV mit irgend so einer, die irgendwie tausend Typen daten wollten oder so. Okay, ja, weiß ich nicht mehr, okay. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ist auch egal, weil da wurde nämlich auch immer betont, oh ja, die hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaub, da gab's doch noch Myspace zu der Zeit oder so. Da hatte die irgendwie zwei Millionen Follower, da wurde das dann irgendwie immer betont und auch die Leute, die da auftreten, ach ja, du hast so und so viele Follower auf Social Media und deshalb hat mich das total daran erinnert. Aber ich fand es, ich fand es gut, was der auch am Ende dann für eine Moral daraus zieht, beziehungsweise auch dieses, also es ist ja auch ganz typisch, dass da irgendwie Leute erst glauben, dass sie da hin müssen und diejenigen, die schon längst auf diesem Level sind, die wollen eigentlich, die wollen das eigentlich gar nicht mehr, ne? Ja, 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 ja. Was ist Realität, was ist echt und so weiter, also das fand ich sehr gut. Vom Style her auch eher, es machte eher einen 2D-Strick durchgezeichneten Eindruck oder sollte es machen, ist es natürlich nicht. Aber auch hier mehr so genau, mehr so in diese Richtung. Und dann hatten wir noch die letzte Folge, die ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder ist es diese oder die Sternenstaub-Folge. Eine von den beiden ist auf jeden Fall meine Lieblingsfolge. Und diese zehnte fand ich auch wieder sehr stark, Enkai von Gendo Muki aus Kenia. Und da geht es eben um ein junges Mädchen, die mit ihrer Mutter mehr Zeit verbringen möchte. Und ihre Mutter ist, ich glaube, sowas wie die Inkarnation von Mutter Erde vielleicht. Also es ist so ein bisschen nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat sie Kräfte, die die Erde eben heilen kann. In dem Fall geht es eben um Umweltverschmutzung und Zerstörung von Landschaften. Ganz konkret in dem Fall jetzt durch Bergbau und Abbau von Stoffen, Metallen etc. Und die Mutter, die eben versucht, das Dorf, in dem sie lebt oder aus dem sie kommt, zu schützen und gegen eben diese großen Umweltverschmutzer anzugehen. Und das scheint aber zumindest für eine gewisse Zeit ein verlorener Kampf zu sein, bis die Tochter eben ins Spiel kommt, die irgendwann mal das Erbe der Mutter antritt. Denn die Mutter kann mit ihrem Atem Leben einhauchen, der allem um sich herum. Und das ist eine Fähigkeit, die die Tochter irgendwann mal erbt, aber noch ist sie eben zu klein. Und ja, und dann kommt es eben zu dieser Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Also eben so dieser Vorwurf, warum versuchst du denn weiterhin zu helfen? Es ist ein verlorener Kampf. Aber die Mutter, die dann auch eben sagt, nein, man muss, man muss helfen. Also es ist eben einfach eine große, große Geschichte um Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung auch. Und ich finde eigentlich, obwohl es ja ein positives Ende sein soll, ein sehr frustrierendes Ende, ein sehr erschreckendes Ende fand ich auch. Es war jetzt für mich tatsächlich überraschend. Ja, es hat eine gewisse Ambivalenz, die man bei sowas auch nicht häufig vorfindet. Ich finde allerdings, also man merkt es jetzt auch schon, wie du es beschrieben hast, es ist schon sehr, sehr viel reingepackt in diese paar Minuten. Ja, ja, es ist schwierig, das irgendwie so zu erzählen alles. Das stimmt, ja. Auch wieder sehr viel Worldbuilding für so wenig Zeit. Ja, es ist immer wieder bemerkenswert bei so kurzen Filmen. Ich fand den visuell tatsächlich auch schon, ja, zumindest bemerkenswert. Der ist wahnsinnig, also ich glaube, das hier ist mit, neben der sechsten Folge ist das, glaube ich, mit die größte Farbexplosion hier. Der ist ja wirklich knallbunt, ist auch wieder ein schöner Kontrast dann eigentlich auch zu, ja, zu den Themen, die ja eigentlich eher so ein bisschen bedrückend sind. Ich finde den optisch einfach auch hübsch. Also ich finde, der hat einfach sehr, sehr viele hübsche Einstellungen. Auch die Tochter finde ich, also bildschön, finde ich eine ganz tolle Figur einfach auch, die wir hier gezeigt bekommen. Und was ich ja sehr, sehr gerne mag, ist, das ist persönliche Präferenz, ich mag ja gerne, wenn du so viel so Highlights hast und wenn viel mit Licht gespielt wird auch. Lichtpunkte auf den Gesichtern, Licht generell in den Bildern drumherum, Licht und Schatten, wenn Licht durch Fenster reindricht und so weiter. Sowas mag ich sehr, sehr gerne und ich finde, das hatten wir ja auch sehr, sehr viel in diesem Film. Ja, würde ich, würde ich auch mitgehen. Also da spielen sie ja auch dann da mit bei, also das wird ja dann irgendwie rübergebracht, dass sie, wie ist das nochmal, sie singt doch dann, glaube ich, ne? Genau, also ihr Atem, das ist natürlich auch wieder, kennen wir aus verschiedenen religiösen Vorstellungen, auch aus der christlichen, unter anderem, dass ihr Atem eben Leben weckt, also Leben einhaucht. Genau. Genau, und dadurch deswegen das Singen, weil beim Singen atmet sie ja quasi auch, genau, ja. Ja, ist auf jeden Fall einer der gelungeneren Beiträge, das muss man schon sagen. Mhm. Und aus dieser Welt hätte ich dann gerne mehr gesehen, tatsächlich. Ja, ja, bei der auf jeden Fall, doch. Ja. Das, äh, wobei ich's auf der anderen Seite auch schön finde, wenn auch so, also gerade dann der Hinblick auch auf dieses Ende, es ist auch mal ganz toll, wenn auch mal Sachen, ja, ein bisschen in der Schwebe bleiben. Das, das war ja auch so schön bei, äh, bei Visions 2 einfach, da war auch einmal ein Ende wirklich sehr stark. Sowas trauen sich heutzutage einfach viele nicht und durch, durch dieses enge Korsett von 10, 12 Minuten, äh, ja, wird dann vielleicht sogar sowas, äh, ja, überhaupt erst möglich, ne? Ja, also, dass man eben das Gefühl hat, oh, man muss jetzt hier aufhören und, also, es ist jetzt anders als bei, äh, I'm across the Spider-Verse, der halt deshalb unter anderem so lang ist, weil sie halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Ideen reinpacken, ne? Ja, ja. Ja, äh, insgesamt zu dem ganzen Projekt, was sagst du denn da? Ja, ja, das wäre eigentlich auch meine Frage an dich gewesen, also, nämlich die Frage, nämlich die Frage, findest du das, dieses Projekt, oder andersrum, also, ich, ich antworte erstmal auf deine Frage. Jetzt habe ich hier den Mod gekapert. Ich fang, das ist alles gut. Ich habe mich sehr gefreut darüber, ich habe mich sehr gefreut auf, also, ich habe im Vorhinein eine Werbung dafür gesehen und habe mich sehr auf dieses Projekt gefreut und jetzt, als es dann kam, habe ich das auch begeistert geschaut. Ich war am Anfang noch etwas skeptisch, wie gesagt, für mich ging es eigentlich erst so richtig los ab Teil vier, also, die ersten drei waren noch so ein bisschen so, äh, ich weiß nicht, aber ab vier kam für mich dann wirklich eine stetige Steigerung und gerade auch im letzten Drittel waren ja meine Lieblingsclips mit dabei. Da bin ich also sehr begeistert gewesen. Ich finde solche Projekte grundsätzlich immer toll und immer unterstützenswert. Ich bin ein ganz großer Fan von Anthologie-Serien. Ich finde, es gibt viel zu wenig Anthologie-Serien da draußen und ich finde auch, dass die großen Franchises mehr Anthologie-Serien machen sollten. Ich predige quasi, seitdem wir, ich bin ein großer Star Trek-Fan, ich predige, seitdem wir New Trek haben, also New Trek klingt jetzt so, seitdem also jetzt 2017, 18 Jahr Star Trek mit Discovery wieder einen Aufschwung bekommen hat, neu gestartet ist sozusagen, Discovery im Fernsehen, Discovery im Streaming. Seitdem sage ich im Grunde immer wieder, ich möchte eine Anthologie-Serie, ich möchte eine Anthologie-Serie, ich möchte eine Anthologie-Serie. Und ja, das sind natürlich jetzt nur in Anführungszeichen Kurzfilme, aber gerade wenn man ein großes Franchise hat, ein großes Fandom, ein großes Universum, in dem man arbeiten kann, wir haben es bei Visions gesehen, dann funktioniert das. Und ich wünsche mir das für noch mehr, ich wünsche mir das für Star Trek, ich wünsche mir das für Marvel, ich wünsche mir das von mir aus auch, ja, was weiß ich, es gibt ja noch mehr Fandoms da draußen. Also, ja, ich wünsche mir das ganz generell. Und deswegen kriegt das von mir alle Daumen hoch und ich werde das auch in alle Richtungen wirklich empfehlen und würde einfach auch sagen, Leute, wenn ihr nur ein bisschen Interesse an Animationen habt und eben auch an netten Geschichten, dann geht es gucken, empfehlt es weiter. Ja, bei zehn Projekten ist halt auch manchmal was dabei, was einem vielleicht nicht so liegt. Aber das ist natürlich die Mutter von Anthologie-Serien, das ist so. Ja, aber ich finde gut, dass wenigstens versucht wird, ein bisschen Variantenreichtum reinzubringen, dass du einfach eine Plattform auch verschiedenen Künstlern mit verschiedenen Vorstellungen, verschiedenen Animationsstilen bietest und sagst, so und jetzt bitte lasst eure Kreativität freien Lauf. Und ich bin mir auch sicher, dass da draußen das Publikum dafür da ist. Es wäre so schade, wenn so tolle Projekte einfach untergehen, weil zu wenig Leute gucken. Das ist leider der Fall, ne? Einfach so ein bisschen, also was man jetzt so sieht. Also ich, du hörst, ich bin positiv, ganz generell positiv. Ja. Ja, gibt es das eine oder andere, was mir nicht gefallen hat? Also es war nichts dabei, was mir gar nicht gefallen hat. Es gibt Dinge, die ich ein bisschen schwächer fand, grundsätzlich, aber selbst die Dinge, die ich schwächer fand, waren alle solide. Also da war jetzt nichts dabei, was wirklich richtig schlecht war. Das kann man wirklich nicht behaupten. Schlecht würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand halt, also manches hat mich einfach nicht so wirklich emotional erreicht. Ja. Das ist aber vielleicht auch einfach mein subjektives Empfinden. Also lass es mich so sagen, ich feiere das jetzt nicht durchweg durch. Mhm. Aber ich feiere es, dass es überhaupt existiert. Das kann man, glaube ich, sagen. Also ob man da jetzt irgendwie mithadert oder nicht, man sollte dem Ganzen schon irgendwie eine Chance geben und dafür dankbar sein, dass sowas überhaupt gemacht wird. Wenn auch im Rahmen dann eben von Disney Plus. Ja, und ich kann mich dir anschließen. Also ich hatte auch letztens was gesehen. Also Anthologien ist halt das Problem. Das hörst du zum Beispiel auch bei Leuten, die hier, bestes Beispiel, der Showrunner von Doctor Who, der oder ehemalige hier, Stephen Moffat, der auch Sherlock gemacht hat. Der hat sich mal darüber beklagt, dass das halt schwierig ist. Also auch zum Beispiel bei Doctor Who, da werden ja für eine Episode werden ja praktisch Ideen verbraten, die für ganze Spielfilme herhalten können. Das ist auch so bei den besten Folgen Black Mirror. Weiß nicht, bester Beleg dafür ist bei der ersten Staffel Black Mirror, bei der dritten Episode, ich glaube, da ist das transparente Ich, da hat sich zum Beispiel Robert Downey Jr. mal die Filmrechte dran gesichert. Schon vor irgendwie, weiß ich nicht, fast zehn Jahren oder was. Ist auch, glaube ich, nie was draus geworden. Aber daran sieht man das halt eben. Und ja, deshalb ist es, also ich kann es nachvollziehen, warum es so, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenig Anthologien gibt, weil das eben auch schwierig ist. Und dann eben natürlich auch nochmal in so ein Konzept zu pressen. Es bietet sich, deswegen bietet es, ich finde, ich bietet es sich an für große Phantoms, die schon existent sind. Ob das jetzt Doctor Who ist, ob das Star Trek ist, ob das Star Wars ist, weil es da genug Figuren gibt, von denen man eigentlich weiß, dass darüber wahrscheinlich nie ein großer Film oder eine längere Serie gemacht wird. Aber wo man mehr wissen möchte, zum Beispiel, also gerade im Star Trek Fandom auch, ja, möchte ich mehr wissen über Karns Zeit auf dem Planeten, bevor Kirk ihn entdeckt hat. Ja, möchte ich vielleicht mal eine Episode haben von Captain Sulu, von dem ich weiß, der hat jahrelang sein eigenes Schiff gehabt. Ja, möchte ich vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwas hören über Kales und die Klingonen. Ja, wird es davon jemals einen Film geben? Nein, eine Serie bestimmt auch nicht. Aber eine Folge? Ja, gerne. Es gibt also, und deswegen finde ich, wenn man so eine Spielwiese hat, dann, oder einen Rahmen hat, in dem man quasi spielen kann, dann geht das. Und das war ja hier auch, dass der Rahmen war eben Afrika als Schlagwort. Und deswegen hat das hier auch funktioniert. Vielleicht hätte man tatsächlich, aber ich verstehe schon, dass man auch sagen möchte, man möchte sich nicht auf ein bestimmtes Fandom festlegen, vielleicht so eindeutig. Aber da wird es sich anbieten. Und ich muss immer dran denken, Anthologie-Serie, das ist für mich so ein bisschen so, auch das Vorbild, wo ich sage, so ähnlich könnte es auch zum Beispiel mit anderen Fans funktionieren, war The Walking Dead. Die hatten ja Tales of The Walking Dead. Das war eine klassische Anthologie-Serie von, ich glaube, sechs Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Und da waren einige sehr, sehr stark. Wirklich sehr stark. Gleich die erste Folge zum Beispiel fand ich eine sehr, sehr tolle Folge. Und dann waren aber auch wieder welche dabei, wo ich gesagt habe, äh, 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 äh. Ja, aber so ist das halt. So ist es halt. Das ist eine Wundertstunde. Ja, leider, aber da ist es aber leider auch so, die ist halt irgendwie völlig verloren gegangen in diesem, äh, also ich kenne keinen, der die geguckt hat, außer mir. Ja, da gibt es bestimmt noch ein paar draußen, aber viele waren es nicht. Ja, das, ähm, da kann ich so ein bisschen das, was unser Chef Andi meinte, äh, zu Star Wars Visions, weil wir beide da ja sehr begeistert von waren. Wie gesagt, kann man sehr gerne reinhören. Äh, oder auch in den Cast zur ersten Staffel, die ich damals mit Patrick gemacht habe. Für ihn ist, glaube ich, so ein bisschen, oder auch für, für, äh, hier, wir haben den Kollegen Till zum Beispiel bei uns in der Redaktion. Der ist wirklich der größte Star Wars-Fan, den ich kenne. Und, äh, für den ist halt so ein bisschen das Problem bei sowas wie Visions, dass es halt nicht kanonisch ist und dass es auch keinerlei irgendwie, äh, Relevanz hat für das große Ganze. Das hatte Andi ja auch schon gemeint, dass, äh, also jetzt unser Chef Andi, schöne Grüße, ähm, dass, äh, äh, ja, dass er das zwar irgendwie visuell alles nett und so findet oder, oder eben, ja, respektabel, aber, äh, äh, dass es für ihn auch irgendwie halt so ein bisschen egal wirkt. Und, äh, äh, das ist ja für mich persönlich, und das hatten wir ja auch in unserem anderen Cast, äh, auch mal erörtert, das ist ja für mich gerade die große Stärke, dass das so losgelöst ist von, von irgendwelchen Kanon-Zwängen oder, oder Franchise-Zwängen, dass man da einfach machen kann, was man will. Und, äh, ich möchte auch stark hoffen, dass man aus der zweiten Staffel Visions, äh, die richtigen Lehren zieht und es auf jeden Fall eine dritte gibt, ne? Ja, und ich meine hier, das ist jetzt ein, das ist eine andere Diskussion, die können wir hier nicht führen, aber, ähm, wie, also, das, ich finde, egal ist da ein ganz schwieriges Wort, aber, äh, also, wie sehr muss was innerhalb eines Fandoms kanonisch, äh, wichtig sein, sozusagen, das ist eine, eine andere Diskussion, aber okay. Ja. Vielleicht eher dann bezüglich Star Trek, aber da bin ich dann raus. Oh, oh, ähm, wie ist es denn, das wäre meine letzte Frage, ich habe ja jetzt schon mehrfach betont, dass ich es gut finde, dass hier eine Plattform geschaffen wird, eben auch für, äh, vielleicht etwas unbekanntere Künstler oder auch unbekanntere Künstler in unserer westlichen Zuschauerwelt, sage ich jetzt mal, denn hier sind ja auch schon einige wirklich prestigeträchtige Namen dabei, so ist es ja nicht. Ja. Auch nicht nur, was die Leute dahinter angeht, sondern auch die, die es gemacht haben und auch die Sprecher zum Teil eben, ähm, aber mich würde noch interessieren, findest du denn, dass das Projekt als Diversitätsprojekt, dass das funktioniert für Disney? Hm. Sagen wir so, sie wollen, also, ich meine, Disney versucht ja schon seit geraumer Zeit irgendwie, äh, diverser zu werden, wo es ja irgendwie auch, äh, Kritik gibt, von wegen hier Woke Disney und so. Naja, aber das ist ja, das sind ja, also wir wissen ja, wer diese Kritik. Jaja, genau, nee, also darum ging es jetzt auch nicht, aber, ähm. Ich meine, es sind alles schwarze Hauptfiguren. Es ist, ja, ja natürlich, aber es ist natürlich auch im, äh, dementsprechenden kulturellen Kontext, ne? Also, äh, da kannst du natürlich auch nicht anders, äh, arbeiten. Also spannend finde ich es auf jeden Fall und diese Herangehensweise hat auch was, äh, es wäre, jetzt muss ich, die Frage, warum es jetzt hier ausgerechnet Afrika getroffen hat. Vielleicht, weil es eben am weitesten weg ist von westlichen Sehgewohnheiten, ich weiß es nicht. Ich hatte auch irgendwo mal gelesen, dass der Gedanke war, dass der afrikanische Kontinent so viel Geschichten zu bieten hat, die in der westlichen Welt so gar nicht so bekannt sind, dass es, dass man da so einen reichen, ähm, Schatz hat an, an Material sozusagen, dass man das deshalb bekommen hat. Das hatte ich gelesen, aber, ja. Ja gut, ist ja, das ist ja lustigerweise immer, äh, es gehört jetzt vielleicht auch nicht so in die Diskussion, aber das ist lustigerweise immer das Argument von, äh, denjenigen, welchen, die sich jetzt irgendwie halt über Wokeness bei, bei, äh, äh, hier, äh, den ganzen Disney-Remakes beschweren von wegen, ach ja, es gibt ja so viele afrikanische Märchen und, und, äh, warum kann man die da nicht da verfilmen und dann nur die Darsteller da reinstecken? Das ist dann aber auch so eine Sache für sich. Äh, aber, wenn man dann da auch mal ein bisschen nachfragt, also, keiner kennt irgendwie dann afrikanische Märchen, also, das ist auch immer so der Herr gesagt bei vielen. Ich wollte nur sagen, jetzt sind wir beide ja auch eigentlich nicht, nicht, also, eigentlich dürften wir uns dazu nicht groß äußern, weil wir sind beide weiß, wir haben beide eigentlich keine Ahnung. Mich würde grundsätzlich, also, wir natürlich sagen trotzdem, was wir meinen, mich würde doch tatsächlich mal interessieren, äh, auch von Leuten, die das jetzt vielleicht gehört haben, äh, und die selber vielleicht eben, ähm, äh, eine Person of Color sind, wie die, wie, was für einen Blick die darauf haben. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also, wenn dann jetzt einer dabei ist, äh, dann schreibt uns gerne. Also, das fände ich wirklich mal spannend. Weil das eben eine Perspektive ist, die ich so nicht abdecken kann, ja. Muss man ja auch nicht, also, es ist, äh, in jedem Fall spannend, sich das anzusehen, ob das jetzt einem zwangshäufig gefällt oder nicht, aber es ist ja trotzdem, es ist auf jeden Fall was anderes in dieser, äh, Landschaft, insbesondere auf, auf Disney Plus. Und deshalb kann man es sich, kann man es sich schon ansehen, würde ich sagen. Es ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Zeit, die man da jetzt rein investiert, die Dinger guckt man eigentlich relativ schnell weg. Äh, dass dann so manches sehr schnell aus dem Gedächtnis verschwindet, äh, ist da eine andere Sache. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Und, ja, auf jeden Fall sollte man es sich ansehen. Und, ja, hast du schon recht, also, es dürfen sich gerne irgendwie Leute melden, die da vielleicht auch einen ganz anderen kulturellen Blick drauf haben. Welche, die vielleicht auch selber Berührungspunkte mit der afrikanischen Kultur haben, was auch immer. Fände ich sehr spannend. Darf man uns gerne schreiben, entweder auf teleminostammtisch.de oder beim YouTube-Upload oder auch gern natürlich per E-Mail. Ganz oldschool, je nachdem, wie ihr wollt. Wir würden uns da sehr viel interessieren. Genau. Und damit sind wir auch durch. Lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Und bis hoffentlich zum nächsten spannenden Projekt. Ja, spätestens, äh, Visions Staffel 3. Genau. Macht's gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.